Wir freuen uns sehr, euch ein neues Produkt in unserer Serienreihe vorzustellen. Neben den bisher so beliebten Hyaluron-, Vitamin C- und Retinol-Serien haben wir jetzt auch das Niacinamid-Serum. Der absolute Trend-Wirkstoff und das zu Recht. In diesem Video möchten wir euch die Vorteile von diesem Power-Wirkstoff für eure Haut aufzeigen und warum ihr es unbedingt in eure Pflegeroutine einbauen solltet. Herzlich Willkommen bei Casida, dein Experte für natürliche Gesundheit und Clean Beauty. Die erste und häufigste Frage, die bei Serien aufkommt, ist, ist es was für mich und meine Haut? Und genau das ist einer der vielen Vorteile vom Niacinamid-Serum. Es ist für alle Hauttypen geeignet, egal ob trocken, ölig oder unrein. Ein weiterer Vorteil des Serums ist, dass es der Haut hilft, Feuchtigkeit zu speichern, wodurch die Haut prall und vital wirkt. Durch die Unterstützung der hauteigenen Kollagenbildung gewinnt die Haut außerdem an Elastizität und Geschmeidigkeit. Der Anti-Aging-Wirkstoff Niacinamid hat außerdem antioxidative Eigenschaften und beugt durch den Schutz vor freien Radikalen der Hautalterung vor. Vergrößerte Poren werden durch die Anwendung minimiert, was für ein feineres und ebenmäßigeres Hautbild sorgt und durch die bessere Regeneration der Haut klingen Rötungen und Irritationen schneller ab. Einen tollen Vorteil haben wir noch für euch. Das Niacinamid-Serum gleicht die Teigproduktion aus und reduziert verstopfte Poren und Unreinheiten. Und was sagt ihr, ein wundervoller Wirkstoff, oder? Den Link zum Serum findet ihr in der Videobeschreibung, direkt neben dem 10% Rabattcode. Die Anwendung ist übrigens super einfach. Ihr könnt es morgens und abends nach der Reinigung in kleinen Mengen auf Gesicht und Hals auftragen und sanft in die Haut einmassieren, bis das Serum vollständig aufgenommen wurde. Vermeidet dabei Augenkontakt und verwendet anschließend eine Feuchtigkeits- oder Sonnencreme. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Serum euer Liebling ist. Wird es vielleicht das Niacinamid-Serum? Wir freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!